Also Männer, das ist unser Ziel. Ein Dorf von immenser strategischer Bedeutung, nördlich von hier. Die Einnahme dieses Ziels bricht dem Feind hier endlich das Genick. Soweit mir bekannt ist, bin ich hier immer noch der befehlshabende Offizier. Das ist mein Feldzug. Ohne meine Ritter und mich säßen sie jetzt noch mindestens 100 Kilometer westlich von hier fest. Sie wurden befördert für ihre Töpferkeit, doch sie sind nicht mein Vorgesetzter. Das Hauptquartier betrachtet dieses Dorf als strategisch äußerst wichtiger Ort. Westlich des Flusses befinden sich starke feindliche Befestigungen. Darum rücken die Ritter von Saxony im Osten vor und nehmen das Dorf noch vormittag. Wir müssen die Westküste sichern. Es gibt zwei Basen. Hier und hier. Sobald wir die zerstört haben, ist diese stark befestigte Linie unser Hauptziel. Sicher, nur zu. Wir nehmen inzwischen das Dorf ein. Es ist unklug, ohne Unterstützung zu weit vorzudringen. Sie können umstellt werden. Von drei Seiten. Hallo? Äh, Wilhelm? Hm, dann mal los. Na gut. Na gut, dann soll er halt selbst zurechtkommen. Wer denkt, er könnte es dann? Pfff. Wer bin ich, dass ich nicht aufhalte? Okay. Ihr geht alle mal mit. Beziehungsweise... Hier durchlaufen, hier durchlaufen. Komm alle mit, komm alle mit. Komm alles nach vorne. Was benötigt der Kaiser? Die haben... Ja, die greifen schon mal rechts an. Ich glaube, ich bin... Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht mit dem da noch. Das kann ja bloß schlecht ausgehen, würde ich mal behaupten. So. Einmal ein bisschen nach vorne. Brunhill nach vorne. Dann zerstören wir sie und stellen uns klug dabei an. Ja. Wir werden beschossen. So, falls du mir den nämlich nach vorne stellen und sagen. Hier macht die kaputt. Wunder, die geht nach vorne. Die bitte reparieren. Ja, meine gutsten greift hier noch ein bisschen an. Was soll's? Damit sollte man nämlich mehr als gut die ganzen Leute wegkratzen können. Na, guck, ich nehme das mein. Ich nehme das mein. Sag, angreifen, angreifen, angreifen. Nehme schon nach vorne, nehme schon nach vorne. Ja, so geh hier. Ab nach vorne, ab nach vorne. Greift das Ding an. Zurück, 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 zurück. So. Ich glaube. Aber da zeigen, damit sollte man es jetzt eigentlich über den Haufen schießen. Du marsch das hier an. Na komm, put, 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 put. Okay, dorthin, dorthin, dorthin. Ich muss sagen, die haben sich gar nichts gedacht, würde ich mal sagen. So sind es nämlich nicht den Schwachsten hier abgezogen. Hier hab's so viel zu dem Thema. Na komm, vioi, 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 vioi. Und weg da. So, auf nach da drüben hin. Neh, kommt auch direkt mit. Mit, komm, angreifen, angreifen, angreifen. So, na, da bin ich noch einer von einer vorne. So, na, so macht man es nämlich. Ne, der Fallwerferdruck. Halt, die, richtig, richtig, richtig. Ich würde grad sagen, mein Good Stuff. Da habt ihr keine der Chancen, wenn ich hier was mache. So, na, mit, komm, mitkommen. Soll ich mal hier, und stelle ich dort hin. dorthin so ihr könnt doch bestimmtes hier können wir machen was heute mal so öelpumpe nummer eins ist hier das weg nach drüben das ist egal okay okay der ab nach vorne und hier ein bisschen ich würde mal sagen wenn man durch noch so gut wie erledigt rein der rein der rein der alle mann rein dass so gut wie es geht haben ihren weg nach oben haben wir sogar durch eine anlage in der ok so mal vielleicht kann man die auch so einnehmen so dann kommt ihr nämlich hier und hier sind nämlich dir so mal bereit aber sonst noch was übrig du kannst dass wir dann gleich bekommen ich glaube das dürfte nicht das verkehrteste sein ihr kommt mit exos gelte mitkommen alle man sie kommen genau 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 wunderbar ressourcenprogramm upgraden geht nicht oder nein die pumpe ist bereits gemacht okay okay rücken vor wie befohlen und theoretisch müsst ihr doch ich würde sagen hier mit einem mega atelierangriff dass er hier reizen können definitiv die wie tief so auch noch von hat zurück 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 hier hier das hier wunderbar sorgte jetzt dafür frei einfach nur frei so viel wie es geht voll frei machen so die können wir noch ein bisschen abwählen das passt dann schon dann können die noch über und habe ich möchte ja ich da drüben haben aber war kann ohne ist weg ihr zurück 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 die kriege meine die kriegen wir noch hin so ihr hier angreifen alles niedermähen alles niedermähen egal was ist alles niedermähen das passt schon das passt schon die haben wir auf jeden fall das kann ich jetzt schon sagen wie haben wir sowas von sagen wir können weg machen und hier geht hier nach oben wunderbar angreifen du mein freund gehst hier raus naja ich denke mal ja ich denke mal wo sind wo sind sie raus was 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 sagen hier kommt kommt von hilde und hilde kommer wir greifen noch an und wir haben jetzt dazu bekommen so hallöchen die sind gut die sind richtig gut die können wir gut zu brauchen gerade sagen gerade doch hier mal ein bisschen durch naja ich würde mal sagen wir haben gar nicht aus da unten ich glaube ihr braucht nichts aber wir haben wir glauben hat von uns wieder schaut ein paar haben wir verloren leider leider macht aber nichts macht er nämlich so ab nach drüben hier geht auch mit das rüben komponente kommt ihr mit raus genau ihr bleibt nämlich zurück das passt schon so mal für den moment was können wir denn können mit denen was geben haben wir noch welche übrig wir sind hier um zu dienen theoretisch können wir das reparieren und dann einnehmen es wäre doch gar nicht mal so schlecht ok ok guck mal doch mal nur so quasi durchlaufen und niedermähen in der medien ich kann sagen mit den drei hier können wir doch bestimmt können wir doch was machen hier dort weiter angreifen du machst das ja richtig ok dorthin 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 und sobald es repariert ist sagen wir doch mal ihr könnt es nicht an ihm gerne misst dann die ja dann die hier so lebt haben nach vorne aber vorne und wir sagen du kommst mit hier kommt auch mit ihr kommt sowas womit habe ich glaube mal das war es hier mehr gibt es ja momentan nicht okay halt so um so um so um du hier darüber dann sagen wir eher noch ihr kollegen kommt auch noch falls mit rüber also los kameraden was brauchen sie du nimmst die mini mit ein dann passt es nämlich antime kann ohne bereit so antime kann ohne die richtung wir haben jetzt den dorfrand erreicht und sie kommandant wir errichten eine sammlungsbasis dann greifen wird die feindlichen stellungen an wir stoßen auf fast keine gegenwehr wir könnten das dorf ganz einfach einnehmen bevor die merken was los ist negativ wir greifen von beiden seiten gleichzeitig an dann haben wir einen fluchtweg für den fall dass irgendetwas schief läuft jetzt anzugreifen wäre sicherer warum geben wir ihnen zeit wartet bis wir da sind das ist alles na schön bauen wir eine angriffsstellung und sorgen für genügend feuerkraft um ihre verteidigung zu knacken neues primärziel erhalten er wird nicht warten er wird sowas von nicht warten das kann ich jetzt schon sagen ah moment so und so ok du hier aufbauen bitteschön 180 zu 54 hätte die werkstatt lieben gerne ich hätte lieben gerne eine werkstatt so dahin dorthin und du auch dahin sagen sie uns was wir tun sollen und die kommen auch mal so weit nach da unten dann passt es nämlich schon die pumpen haben wir auch soweit gemacht braucht jemand feuer achte ich gibt sogar noch ja dann kommen wir zurück dann kommt doch mal zurück 250 gleiche schon unter unsere kontrolle gebracht 180 wird noch ein bisschen dauern sowieso schaut ein bisslchen 60 80 ja gut dann machen wir halt kämpfen mit dem was wir haben mit saxonischer präzision hilft ja gerade alles nix ok ähm ein atelangriff auf jeden fall das war ein guter volltreffer ein richtig guter volltreffer sogar ok wir gehen direkt hier doch wir gehen direkt hier gerade durch dann sagt man doch ihr und ihr könnt hier rüber gehen sag ich nicht näher dazu und hier müssen wir bildpumpe euch hier rumstellen das müsste eigentlich soweit funktionieren sagen wir es mal so theoretisch müsste es funktionieren so 450 haben wir gleich wieder kannst du dich heim genau das ist nämlich auch damit ok los geht's wie hier nimmt das noch ein ich würde gerade sagen hatte ich hin bitte einmal hier niederweizen mit wahnsinnig eisweite weizen und währenddessen könnt ihr schon mal nach der vorne hingehen um zu gucken was da ist überhaupt so wenn wir noch eins versichern wir da mit nach vorne mit nach vorne und reparieren auf geht's auf geht's auf geht's darüber darüber große eisenminen große eisenminen große eisenminen ist immer gut ok 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 merke die können auch von hinten kommen schreiter kommt zurück schreiter kommt zurück angreifers wir haben hier meine gutsten hier für die meg fabrik hier kriegst du hier kriegst du schon kaputt nehmen wir uns vor mit so ein paar leute zurück ok das heißt von da können sie auch kommen ok abdampfen 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 fliehen 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 so jetzt da schießen wir mal da drauf ok ihr auch zurückziehen komm mach sie fertig mach sie fertig ich würde gerade sagen jetzt da reparieren reparieren hei 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 sage mal mit kommen nach hinten mit kommen nach da hinten so krank greifen hier rüber aua sage mal ihr greift hier rüber an haben wir den abgöten noch schon hier haben wir noch nicht haben wir natürlich noch ein gar nichts die sind schon mal weiter angreifen hier hat natürlich ich finde jetzt nicht wie wenn der tag lang ist so komm her komm her komm her komm her ok jetzt reicht es voll an voll angreifen vor allem angreifen zu viel wie es nur geht angreifen was sagen soll jetzt hier hinten angreifen ich glaube ich spinne die armen sachen hier die armen sachen so auch nach vorne dann greifen die nämlich hier drüben an ich glaube er sie können über das breite feldzug angreifen ja mal verdammt großen zugang die haben richtig guten zugang sogar ok wir haben wir denn gerade momentan mg schütze mit vorkommen du kommst auch mit du nimmst das hier mit ah hier das auf jeden fall und danach können wir das upgraden passt ok so dann bräuchten wir nämlich noch eine kaserne bräuchten bunkel bräuchten wie es ziemlich viel in der tag lang ist wir bräuchten ziemlich viel in der tag lang ist so ihr alle aber geht nach da hinten greifen wir doch mal hier an und hält der ab nach vorne finde ich gut finde ich sogar sehr gut so die dahin dann schauen wir doch mal ja du bist schuss ok greift doch das hier bitte an greift das hier bitte an und wir haben uns sonst noch irgendwann müssen wir doch die Mörser ah hier guck mal her die Mörser trug sich auch noch her schicken ah mach doch das mal kaputt mach das doch mal kaputt so nach unten feuer öffnen wunderbar so ein hier niedermähen einmal dort niedermähen so wie schaut es nie aus haben wohl gerade schiss bekommen so wie es ausschaut ok so dann du nach dort hin du nach dorthin die kommen noch dahin und ihr hier rennt da rum ihr rennt dort rum ok das ist ledig es ist ledig das heißt wir können das auch vor uns einnehmen herrliche natur und das 70 da fehlt noch ein bisschen was fehlt man die kleinigkeit bin ja bereit okay das heißt ihr könnt schon mal da hinten eine kaserne aufbauen ich habe keine kaserne aufbauen präzision hatte ich schon hatte ich aber auch schon mal kriegt das mit der kriegs mit aber kann ich siegen tun tut mir leid weg mit da ist niemand das heißt wir können den weg hier dicht machen was sagen hier wird nicht lange angegriffen wenn wir nämlich mal da sind jetzt richtig rund so eisen wurde gesichert hier oben ist noch was das heißt mit euch kommen hier hoch gehen mit euch können wir auch gehen da hoch ok dann alle mann greift das ding hier vorne an macht es fertig und ihr greift auch noch weiter an große pumpe ist gebaut ok oder sagen jetzt aber ja mach sie kaputt so stellen sie kann nun auf der seite könnten wir auch hier schon durchgehen so wie es ausschaut hier kommt man mit ich möchte mal gucken ob wir die chance haben irgendwas zu finden das wäre nämlich interessant zu wissen gucken mal der erlkönig haben wir auch ok moment 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 so jetzt ab macht sie fertig hier zurückziehen hier zurückziehen rauchnebel machen rauchnebel machen aktivieren ich würde grad sagen macht sie von uns fertig oh 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 ok noch haben wir überlegt noch haben wir überlegt oh ich sehe schon ich sehe schon Brunete wird angriffen das ist natürlich ganz und gar nicht gut das ist ganz und gar nicht gut Brunete zurück Brunete zurück 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 da schauts grad nicht ganz so gut aus für uns so jetzt das sagen angreifen hier rüber haben wir noch was wir haben auch noch was granaten reinschmeißen wunderbar wie schauts in die händen aus die trauen sich nicht mehr hier um das passt schon soweit das passt schon soweit reparieren und auch nach vorne um von hilfe zu reparieren wir haben schon schlimmeres repariert und ihr repariert den daher ihr repariert das denkt da kommen die nächsten da kommen die nächsten ok granate rein wunderbar wir können alles reparieren das passt soweit schon wir können noch sagen du gehst zurück und wir können noch sagen einmal hier den Druck machen so jetzt da leckt mich am Arsch jetzt gehts rund gut na komm put 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 naja so und das Ding hat eins nehmen aber wir haben oben genug Leute momentan dran noch so wir haben noch gerade niemand da niemand haben wir da angreifen operieren angreifen operieren angreifen der wird nicht rechtzeitig fest wie es ausschaut nehmt die kaserne fällt die kaserne ist leider gottes gefallen so jetzt da die bruder unten aber sowas von die bruder unten glaube ich spinn soll der nächste ab angreifen 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 so lef du wirst geheilt und du wirst geheilt genau du machst ihn ja kaputt oh 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 natürlich so jetzt da soll das noch ein bisschen besser laufen so jetzt da macht ihn vollends verdicht ok zurückziehen reparieren rein damit Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Da drüben sind welche. Dann greifen wir da noch ein bisschen weiter. Gleich, 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 gleich. Was brauchen Sie? Wechseln zu neuer Position. Gleich, auf jeden Fall. Wenn das eingenommen ist, müsst ihr beide nach rechts rum, würde ich mal sagen, oder? Wir haben definitiv... So was wir angreifen, ja, so was wir angreifen. Die Pumpe gehört noch uns hier. Das gehört auch noch uns, wunderbar. Reparieren. Und du, der ist noch reparieren. Beziehungsweise die Mech-Einheiten haben noch ein bisschen mehr. So, Lef. Ihr seid fertig, mitkommen. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Oh, äh, mit... Hier geht's ganz und gar nicht gut. Hier geht's ganz und gar nicht gut, so. Mit nach da rum und... Auch mit nach da rum. Wenn wir schon mal da sind. Naja, das wird nix. Ich kann sagen, das wird nix. Ähm, aber wir können sagen, ihr alle... Könnt euch... Da drüben für den Moment mal hinstellen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ich erinnere dir hier. Da haben wir was, da haben wir was. Wir holen. Und gleich mit hinterher. Macht das Ding hier fertig. Okay. Von hinten können wir noch Angriffen werden. Deswegen müssen wir hier mit dem Panzer durchfahren. Yep. Das ist eine gute Idee. Haben wir noch meinen? Wir haben noch meinen. Wir haben noch meinen... Du kommst mit. Das Video mitkommt. Mitkommt. Gras, du rum. Ah. Okay. Wir müssen auch rumlaufen, so wie es auch schaut. Es ist nicht so schön, finde ich. Aber okay. Aber okay. Dann könnt ihr euch noch mal kurz zurückziehen. Wir können... Moment, warum geht ihr jetzt zurück? Okay, das habe ich eigentlich nicht gewollt. Aber was weiß. Was weiß. Okay, ab nach vorne. Macht euch angriffsbereit. So, hier jetzt darf. Greif, danke, danke. Dann einmal angreifen. Was haben wir noch? Das haben wir soweit. Das ist in Ordnung. Nein. Reparieren. 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 Und warte nach vorne. Ich hatte sie aus. Ihr zwei. Grappelt nach da drüben rüber. So, dann haben wir noch mal. Wir sind hier. Reparieren. Und auch nach da drüben hin. Und dann sagt man noch, ihr zwei. Kommt nach da drüben hin. Alle mitkommen. Na, schon gesehen, was hier los ist. Schon gesehen, was hier los ist. So. Angreifen. So, die nächsten ab nach vorne. Angreifen. Angreifen. Und ihr kommt nach hinten hin. Ich wollte gerade sagen, macht die fertig und alles ist gut. Hm? Wo kam die auf einmal her? So, auf geht's. Ab nach vorne. Ab nach da drüben. Ihr repariert das Ding hier. So, niedergeweizt. Vorsicht mit den schweren Geschützstellungen. Die zerfetzen alles in ihrer Reichweite. Ich bin beschäftigt. Was geht denn für Fliege? So, mitangreifen, 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 mitangreifen. Ja, damit angreifen. Ja, definitiv. Definitiv von mir. Aufmerksamkeit. Oh, ja, 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 ja. So, die haben jetzt besiegt. Bis das ausschaut. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr. So, auf einmal da drüben krabbeln. Der nächste wird fertig gemacht. Passt soweit. Okay, ab nach hinten. Ich hoffe, ich kann ein bisschen dagegen drum springen. Aber wir scheinen hier, hier und dort ein paar Problemchen zu haben. Wo ist denn die Kanone eigentlich hier hinten? Ja, die ist nie mehr bekannt. Die ist nie mehr bekannt. Okay, okay. Angreifen, angreifen, angreifen. Oh, das ist wieder ran. Weg damit, weg damit. Ja, auch weg damit. Rückzug, rückzug, rückzug. So, was haben wir hier noch? Da können wir rumgehen. Ist das eine Waffenkiste? Ist das eine Waffenkiste? Das brauchen wir nicht für den Moment. So, ihr auch reparieren. Ich würde gerade sagen, greift es dann. Greift es, Riemann. Angreifen, hier angreifen. Rauchnebel machen. Okay, das ist schon mal gut. Dann hätten wir noch ein paar übrig. Um siehe, er kommt mal, er kommt mal, er kommt. Lalalala. Werkstatt hier, wunderbar. So, das heißt, wir müssen nach da oben gehen irgendwie, oder? Ja, wir müssen nach da oben gehen. Das heißt, so viel wie ihr seid, relativ gut dabei. Okay, wenn wir jetzt, dann müssen wir hier rumgehen. Dann gehen wir hier ums Eck rum. Wie schaut's denn? Oh je, oh je, oh je, oh je. Autsch, 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 Autsch. Okay, das war jetzt nicht so schön. Das war definitiv überhaupt nicht schön. So, haben wir hier was? Oh, wir haben hier viel in der Tat. Oh, wir haben jetzt ziemlich viel. Wir haben jetzt ziemlich viel. Wir haben hier. Ja, barrieren. Angreifen. Angreifen. Okay, weg, 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 weg. Hier, alle da angreifen. Habt ihr nicht kaputt gemacht? Jetzt haben wir, okay. Okay, dann auf und das hier kaputt machen. Brunnen, ab nach drunten. Ab nach da hinten. Schießt niemanden auf. Okay, dann ab nach drüben, ab nach drüben. Das Ding einnehmen könnt ihr, okay. Wenn ihr das einnehmen könnt, heißt das, dass die alle dorthin gehen können. So, das zerstören. Alles klar. Wir haben hier Nummer 1, wir haben hier Nummer 2. Und ihr kommt alle wieder zurück an die Front. Ihr kommt sowas von an die Front ran. Okay, geht weiter, krabbel, weiter zurück. Ei, 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 okay. Das war den hier, Big Daddy, so quasi. Da konnten wir jetzt so schnell nichts machen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. So, was ist hier los? Was ist hier los? Okay, da kann der nächste Titel an. Und ich sage, zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Der kann gerade nichts machen. Ihr könnt auch was machen. Beschuss, 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 Reparierung. Die nächsten, die so reparieren. Wunderbar. Typisch auf Rückzugskurs, genauso wie du hier. Dann sollt ihr demnächst zurückkommen. Aber wenn ich genug von denen noch rausschmeißen kann, sollten wir im Rhein eigentlich sein. Unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Okay, repariert alles soweit. Ja. Okay, nach links und nach rechts müssen wir auf beiden Seiten. Okay. Ich wollte ganz sagen, Brunette ist auch mit dabei. Du bist hier mit dabei. Du tust das ja reparieren. Ich glaube, das ist ja, no, je, 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 je. Okay, angreifen, angreifen, angreifen. Hat er die Chance? Ja, hat er sogar, hat er sogar, was Bauber sind, Bauber sind, was Bauber sind. Okay, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Zurückziehen. Wo ist der Rest von euch? Da ist der Rest von euch. Ja, weil das Ding nämlich gar nicht mehr existiert, deswegen. So, angreifen, angreifen, angreifen. Nebelwand generieren. Und ihr geht ganz schnell, doch, ihr geht rein, ihr geht rein. Ihr geht rein, ihr repariert. So, jetzt angreifen. Ui, 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 ui. Das sind viele, das sind richtig viele sogar. Brunette angreifen, Duja angreifen. Haben wir noch gerade jemanden da, oder? Nein. Niemand momentan, niemand. Okay, ihr zwei auch nach vorne. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, jetzt ab. Okay, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Haben wir denn noch? Uh, niemanden da momentan. Wir haben noch jemand. Okay, danke fürs Gespräch. Danke fürs Gespräch, du Heidewitz. Haben wir noch irgendjemanden gerade da, den wir nutzen können? Nein. So, auf nach der vorne. Und wir brauchen wahrscheinlich nochmal einen weiteren Trupp. Weil wir haben, glaube ich, ein Verderder unterwegs. Erbwehr weit verloren. Wir haben im Laufe des Gefechts einen verloren. Wir sind hier und sammeln wir diese Materialien ein. Wir arbeiten mit voller Leistung. So, heißen wir ihn wieder aufbauen. Pioniere bereit für die Arbeit. Eieiei. Große. Große. Jepp. Wir haben die Basis erreicht. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Wenn ihr die Basis erreicht habt. Bereit für Befehle. Dann könnt ihr mich hochleveln und direkt wieder rumgehen. Ich bin bereit, um zu verteidigen. Also wir zwei. Grabe da auch da rum. Das passt schon soweit. Haben wir noch welche da? Jepp haben wir. Wir stehen bereit, unsere Fähigkeiten in den Dienst des Imperiums zu stellen. Ah, an die Front. Die nächsten sind auch gleich da. Eisenhans erwartet neue Befehle. So, da auf nach vorne. Eisenhans? 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 Allzeit bereit. Ziel erfasst. Das macht rein. Wir haben so viel Feuerkraft mit diesen drei Dingern. Da sollten wir keine Probleme für irgendetwas haben. So. Äh, nein, nein. Reprieren, reprieren, reprieren. Noch weiter geht's. Und ab nach vorne. Ab nach vorne. Genau so wie du hier. Ab nach vorne. Und du wartest. Die Schatz sind raus. Jepp. Ihr bleibt da, jepp. Ihr bleibt da, ihr bleibt da. Wenn wir die drei schon vorgehen, haben wir schon mal, haben wir schon mal eine Siegprämisse. Du hier mitkomm. So, so, so. Äh, so durchfusieren. So auf Dauer probieren. Wird aber nicht schaffen. Wildpumpe einnehmen. So. Ist die HE-Granate gewesen. Angreifen. Darüber. Darüber. Ach, guck mal her. Ich will grad sagen, nett mit mir hier. Die drei nach da vorne. So, ihr nehmt das auf jeden Fall. Dann hat er nämlich nichts mehr. Hier aber Hittes. Und Brunhilde kommt mit da vorne. Brunhilde kommt mit da vorne. So. Greift die Störner. Dann greift die Störner vorne. So, jetzt darf. Macht sie fertig, macht sie fertig. Öl wird eingenommen. Jepp. Sonst auch irgendwas gerade da. Jepp. Und zum ersten Tropen. Unsere Mörsotoben kommen mit. Oh, Hallöchen. Ich will grad sagen. So, dann sieht man es nämlich nicht mehr. Okay, die Anti-Kanonen sind schon wichtig, dass man die noch wegbekommt. Haben wir die? Wunderbar. Reparieren, reparieren, reparieren. Upgrade noch einmal. Kusimi ist auch mit dabei. Haben wir irgendwas zum Reparieren? Ja, wir haben, haben, haben. So, jetzt da. Jetzt bin ich da rum. Angreifen, angreifen, angreifen. Ja, hat's hochgenommen. Jetzt massiv hochgenommen. Okay. Können wir das Ding da oben abschießen? Ich würde mal sagen, ja. Ich würde mal sagen, ja. Und der Rest ist soweit in Ordnung. Ja, der Rest ist soweit mehr als in Ordnung. Um es noch mal in die Kanone, die wir im Auto machen. So, auf geht's. Angreifen, angreifen, angreifen. Du nach vorne. Genossivier drei nach vorne. Allemal angreifen nach vorne. Du kannst das noch reparieren, würde ich sagen, oder? Yep. Definitiv. Ihr kommt auch noch mit. Und ihr nehmt den da hier ein. So, Kasern angreifen. Du nimmst das hier in den Schiss hier. Mit ein paar gut gezielten. Sagt es mir, Geschützen. Kann man so viel weg machen. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Hier mit nach vorne gekommen. Na, guck mal an. So, Artillerie. Oder so Artillerie, mir egal. Überleben, Chance des Feindes, geht gegen Null. Ich hoffe, ich stehe nicht, dass... So, aber ich kann sagen, dir mal so quasi aufhören. Okay, das ist doch egal. Frei, 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 frei. So, ne. Noch einmal hier auch schießen. Gute Arbeit, Männer. Für ihr kommt keine Verstärkung mehr. Okay, jetzt müssen wir die andere Kanonen nicht vor uns kaputt machen. Aber sonst sind wir eigentlich soweit fertig, würde ich sagen. Sonst sind wir soweit mehr als fertig. Komm, noch mal ein paar bauen. Ja, komm, warum nicht? Warum nicht? Wir haben ja die Ressourcen dafür. So. Nimm das ein. Und komm, danach wieder hin. Wo ist die Kanone? Wo ist die Kanone? Da sind sie. Da sind sie. Nicht verlangen, nicht verlangen. So, Kanonchen, weg mit ihr. Oh. Okay, Moment. Ja, das wird nichts. Da musst du wieder deine Kollegen... Jetzt haben wir deine Kollegen, musst du da oben angreifen. Ja, komm, so gut wie. So gut wie. Koordinaten erhalten. Okay, jetzt da. Operation voll frei. Okay, so können wir es doch machen. Gut gemacht. Sichern wir das Gebiet und rücken zum Dorf vor. Was ist das? Gefreiter Pilnitz hier. Wir werden angegriffen. Feindliche Truppen nähern sich von Norden, Osten und Süden. Ein Hinterhalt. Wir brauchen Verstärkung. Wir sind so schnell wie möglich da. Durchhalten. Von Duisburg Ende. Alle hier hören. Die werden nach uns angreifen und wenn wir tot sind, helfen wir niemandem. Wir überstehen den Strom hier und rücken dann vor. Verschanzt euch hier und haltet so viel Feuerkraft bereit wie ihr könnt. Neues Primärziel erhalten. Okay. Das lässt sich doch quasi machen. Kommt, los, los. Ja, ja, nur keine Panik. Na, komm mal. Ich habe ja noch ein paar weitere Krabbler. Ich habe ja noch ein paar weitere Krabbler hier. Der Feind nähert sich von Osten. Sind ganz schön viele. Das Dorf ist umstellt. So, los geht's. Da ploppt die ganze Zeit irgendwas auf. Das finde ich nicht so gut. Das finde ich ganz und gar nicht gut. Na, jetzt müssen wir denen wirklich mal helfen hier. So, hier mitkommen, mitkommen, mitkommen. Pioniere bereit für die Arbeit. Wir sind hier und zu dir. Ich muss sagen, das ist vollkommen egal. Das ist sowas von egal momentan. Sortele, alle meinen hier. Alle meinen hier. Von hier kommen sie und von hier kommen sie. Sortele. Das kriege man, das kriege man, wie ich sage. Turb 1 nach vorne. Turb 1 nach vorne. Alles gut, alles gut. Okay, ihr zwei auch nach vorne. Alles gut soweit. Was ist zielbestätigt? Was ist zielbestätigt? Sortele. Wir sind stets bereit. Ihr seid da. Ihr seid noch nicht da. Macht nichts. Noch können wir aber sagen, angreifen, okay? Sortele. Wir haben zwar eine Front, aber die reicht nicht aus gegen uns. So, noch mehr 1er. Noch mehr 1er angreifen. Sortele. Retten sie die Bänder des Kreises. Ja, ja. Immer das gleiche mit dem guten Prinzen. Ich lasse momentan aus. Ja, was denkst du, mach ich gerade? Mehr als Krabbeln funktioniert. Ich meine, gut, so mehr als Krabbeln funktioniert gerade gar nicht. So, allem angreifen. Los geht's, los geht's. Putt, 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 putt. So, jetzt da. Smogspill machen und dann angreifen. So, haben wir noch ein bisschen was übrig. Ja, haben wir sogar. Raketenangriffe machen. Haben wir so schon was übrig. Ich glaube, das haben wir. Nein, die bringen uns um. Wir ergeben uns. Äh, nicht schießen. Sie ergeben sich. Entwaffnet sie. Hände hoch. Paul, wir haben's geschafft. Paul? Sanitäter, ich habe die Zahlen, die Sie verlangt haben. 248 Verbundete. 248 Verbundete. 612 unserer Männer haben nicht überlebt. Das ist es doch alles wert, nicht wahr? Für Kaiser. Und Vaterland. Was fällt Ihnen ein, alter Mann? Was fällt Ihnen ein, alter Mann? Er ist der Prinz! Sei froh, dass du der Sohn meines besten Freundes bist. Sonst würde ich dich standrechtlich erschießen lassen. Sie gehen also immer noch gerne nachts spazieren. nur um diese Zeit habe ich meine Ruhe, alter Freund. Sie hatten recht. Ich wollte diesen Krieg. Ja, so wie alle anderen auch nicht eingeschlossen. Er lag lange in der Luft. Wir hatten nur keine Ahnung, was Krieg in diesen Zeiten bedeuten würde. Ich musste sie opfern, wissen Sie? Wilhelm ist schließlich der Thronerbe. Ein Skandal hätte das Ende der Monarchie bedeuten können. Ihm die Krone zu geben würde auch das Ende der Monarchie bedeuten. Er ist sehr labil. Der Krieg macht selbst die anständigsten Leute zu wilden. Ich will ihn beenden, Gunther, aber auf die richtige Art. Ich bitte Sie, gehen Sie dieser Fenris-Sache nach. Die Russwirt-Spionin Olga sagt, Fenris will sich Zugang zu Teslas Fabrik verschaffen. Wer seine Waffen besitzt, hat kein Interesse mehr an einem Frieden. Ich habe in all Ihren Kriegen gekämpft, alter Freund, aber ich bin eine Axt und Sie brauchen jetzt einen Dolch. Sie sind ein aufrechter Mann und mein ältester Freund, vielleicht sogar mein einziger. Tun Sie es für mich. Für mich. Oder um der alten Zeiten willen. Oder für das Reich. Es ist mir egal, aber bitte lassen Sie mich nicht im Stich. Ah, also gut. Politisch bin ich geschwächt. Ich kann den Friedensvertrag wohl nicht mehr lange verteidigen. Ich brauche so viel Munition wie möglich. Zusammen entharnen wir diese Leute und... ...irgendwer muss die Artenentscheidung treffen, oder? Er konnte es nicht. Es geht um Saxonys Seele. Er hätte den Kampf verloren. Wie... konnten Sie? Ich? Sie waren es, verrückter alter Mann. Hilfe! Mord! Mein Vater! Hilfe! Hilfe! I